Jetzt können wir ein bisschen leiser drehen. Schönen Schwester, nein, war mal nicht leiser. Aber wir haben sogar noch ein bisschen Musik gekriegt. Das müssen wir schon hören. Schon gerade, das ist leiser, oder? Bisschen, ja. Bär, du. Also, ich verstehe Ihnen das schon nicht. So ist heute die Beistrechnung. Das ist dein Apparat, genau. Hinten drüben. Sehr automatisch. Man kennt ihn ja wieder nicht aus. So ist es nicht schön, hat man jeder? Nein, ich will. Ich habe Bier bezahlt. Bier, ja? Ich habe ihn angekauft. Das war ja nicht wirklich automatisch. Ich bin nicht wichtig. So. Wir sind immer wieder vorgetragen. Das ist immer wichtig. Ja, wir wollen es vorgetragen. Ja. Deswegen habe ich die Mutti meint, sie will, sehen, dass ich gar nichts vortragen muss. Frühleiserwaren. Frühleiserwaren, ja. Frühleiserwaren, ja. So leiser hätte ich das auch nicht. So, so. Überschrift, Geburtstagsspräche. Das große Glück, noch klein zu sein, sieht wohl der Mensch als Kind nicht ein. Und möchte, dass er ungefähr schon 16 oder 17 wäre. Doch dann, mit 18, denkt er, halt. Weil über 20 ist, ist alt. Kaum ist die 20 Grad geschafft, erscheint die 30 kreisenhaft. Und an die 40, welche Wende. Die 50 gilt beinahe als Ende. Doch nach der 50, peu à peu, schaut man das Ende in die Höhe. Die 60 scheint jetzt ganz passabel und erst die 70, miserabel. Mit 70 aber hofft man still. Vielleicht. Ich werde 80, so gut es wird. Wer dann die 80 überlebt, zielsicher nach der 90 strebt, dort angelangt, zählt man geschwind die Leute, die noch älter sind. So, Geburtstag, alle Grünen. Danke. Man darf nur nicht aufgeben. Das ist gut. Man darf nur nicht aufgeben. Immer wieder. Ist eher der Punkt da. Geht ja wieder. Geht ja wieder vor Ort. Ja. Jeder Tag in diesem Leben ist nur einmal dir gegeben, genauso wie in jedem Jahr das Vergangene einmal war. Doch ein Jahr hat viele Tage voller Mühe und voller Plage, voller Freude und auch Glück. Denk in Liebe daran zurück. Bleib deinen Grundsatz treu, genieße jeden Tag aufs Neue. Lebe bewusst und froh dein Leben, es ist nur einmal dir gegeben. Blitzrecht Gewitter. Ich muss mir sowieso ein paar Fotos machen, weil sie es wieder raumt. Sie sind alle aber aufgesteigt. Nein, das kann auch nicht sein. Das schau ich einfach ein. Was auch Maria. Dann haben wir, das ist wahr. Dann haben wir, was? Jeder. Im Winter. Das ist ein guter Leben. Bleiben Sie mal so. Ja, gut. Da kann man sich ausschneiden. Da weiß ich nicht, was ich eher... Ja, was ich so viel soll. Von unten aufgenommen. Ich bin da, weil wir alle da rein waren. Was könntest du denn sagen? Ja, das kann ich nicht. Ja, das kann ich natürlich auch stehen machen. Darf ich denn jetzt herstellen? Das war okay. Das wäre besser, ja. Jetzt kommen wir. Für mich, das will ich nicht. Danke. Danke. Die Ente hat das mal nicht sein. Das ist ganz schlecht. Nein, du musst es innen bei der Kante halten. Nein, du musst es innen bei der Kante halten. Nein, hinten ist es in der Kante. Das ist lieb. So, witzig. Das ist am liebsten. Danke. Was? Nein, sieh, 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 sieh. Was soll denn das sein? Das haben wir nicht in den Bundestagskendern. Nein, du bist du. Du bist in der Kante zu mir. Nein, sieh, 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 sieh. Das können sie ja nicht sein. Nein, das können sie ja die Sessel hier tun. Ja, genau, ja. Das ist überhaupt besser. Ja, ja. Schützen. Ja, aber. Ja, wer sieht, wer sieht aus? Wer sieht aus? Nein, wie geht es? Nein, wie geht es? Nein, wie geht es? Nein, wie geht es? Ja, wie geht es? Ich will es denn dazu. Ja, da gibst du den an und warte. Ein paar Blumen, was da neben mir drauf ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Ja, da gibst du den an und warte. Ja, das war super. Ja, da gibst du den an und warte. Du schaust, du schaust, du schaust, du schaust. Ja. Wenn die andere hinten vorbeigeht, schaut auch nicht aus. Wieso, ich hab jetzt schon nicht in der Datei. Das ist wie der Ballarier, wenn Raman sagt es nicht, gell? Ja. Wer das beste Bild braucht? Ja, ja. Der ist am besten im Bild. Du weißt ja. Du weißt ja. Dass du den Hammer mit dem Bild anstößt. Nein, das geht so nicht, Baby. ORF. Nein. Schau her. Nein. Das ist ein Buchformat, oder? Warte mal. Weiter. Das ist ein Buchformat. Ja. Warte. Danke jetzt schon wieder. Danke. Warte. 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 Jetzt kommen. Jetzt kommen die Sterne. Die Sterne schnappen. Die Sterne. 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 Ich hab die Feuerwehrfrau. Was hast du jetzt Scheisshau gemacht? Ja, jetzt. Nein, ich hab die Schafe vorher. Nein, das ist auch. Ich muss ein wenig zu hoch her. Jetzt geht's rum. Alles muss mir nichts tun. Ich muss den Raum ein bisschen rum tun. Nein, vollzeitig. Ja. Noch ein bisschen rum. Ein bisschen zu hoch noch. Weil dann habe ich den ganzen Raum. So geht's rein. Ja, und ein bisschen rumschirrt. Ein bisschen rumschirrt. Ein bisschen rumschirrt, oder? Ja. Ja. Für meine Sicht. Ja, das ist noch etwas. Prost, Walter. In diesem liefrauer Lokal da. Ja, wir auch. Das sind ja, wir waren ganz traurig da. Ja. 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 Marco, wenn du mal spielst, wir sind ja nicht. Das ist schon wiederkommen. Ich weiß nicht, dass ich immer wiederkommen muss. Ich muss da irgendwas aufmachen. Ja, ich muss da irgendwas aufmachen. Jetzt kriegst du einen Aufwand. Jetzt kriegst du einen Aufwand. Jetzt kriegst du einen Aufwand. Puh. Ich hab nicht gewusst, dass das so explosiv ist. Das ist gerade gar zu viel. Jetzt kann ich mal bei anderen hinsetzen zu dir. Ich muss da einfach mal aufmachen. Ja. Ich muss da immer wieder zur Probe eigentlich. Ja. Wir haben uns nämlich gar keinen Bock auf, dass du so geschossen hast. Ja. Schau mal in den Kopf. Das ist gerade im Achtung später. Schau mal weiter. Ja. 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 Ja, genau weiter, ja. Was hast du euch jetzt gesehen? Soll ich noch kurz aufgelassen? Kannst du dich auch schon machen? Ja, jetzt auch noch. Ja? So, mit deinem Herzen. Ja. Weil es sieht, wie es manchmal am Tag man muss, oder? Ist so. Ach so, ja. Was ist denn jetzt? Ihr könnt es aber stehen auch, und dann seht man. Jetzt muss ja nicht der ganze Blumenstrauß drauf sein. Wichtig ist, dass die Leute drauf sind. Nein, Walter, das ist jetzt die Rede drauf. Nein. Jetzt muss ja nicht der ganze Blumenstrauß drauf sein. Ja. Ich wollte so einen, gell? Ja, schon. Nein. Was willst du denn jetzt? Geh du einmal weg da. Geh du einmal weg da jetzt. Ja. Ich glaube, ich muss die Testrollen nicht. Ja, so passt sie. Ja, okay. Ich muss den Oberweiter dann gehören. Ja. Trotzdem, der Brust. Ich bin noch ein Brust. Ich bin noch ein Brust. Ich bin noch ein Brust. Ja, okay. Nein, aber jetzt lang. Nein, immer wieder. No, nein. Nein, nein, nein. Ja, das kann man nicht so weiter. Genau. So geht's schon. Ja, das ist ein Gräser. Oh, tut das schön. Nein! 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 Als wir... Als wir... als wir uns wehen waren... Gut, oder nicht? Gut, oder nicht? Das ist halt vorne, was der woher ganz die Mist tun ist. Wie ist es denn? Nein, nein, nein. Ja, sicher. Jeder probiert herum. Wird ein besserer. Wo hat der Schnausche? Wo hat der Schnausche? Ah, ich wollte schon voll wissen. Das schaut gut aus. Ja, das ist optimal. Beruhigen Sie ihn da auf, in den Fernseherrahmen, dass der schwarze Hintergrund steht. Aber nicht! Fink ab! Ja, schau dir die Schnauhe an! Du checkst dich schon, dass du mich dran und dran schließen musst. Weil die Maria nämlich nicht. Sieg ja, du musst halt leider zu dich. Ich muss ja mal so ausschneiden. Ich! Aber es scheint, dass du ein kurzer in oben dabei hast, wie ein unter. In der Mitte muss, dass der Wischen kommt. Du mit meinen Toschen. Ich meine auch, in der Mitte ist es auch. Ja, weiter. Ja, weiter. Ein bisschen nach... Sitz dir eins um mich, weil dann ist der Koch ja da nicht im Weg. Ja, so, ja. Nein, nicht so viel. Wohin, wohin, wohin. Kannst du's? Gut, gut. Dann noch ein bisschen weiter, ja? Gut. Sitzle, oder was? Ja, optimal. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Danke. Ich hab mich nicht was gebrochen, musst du auseinanderziehen. Ich hab mich erst gefunden jetzt. Du musst auseinanderziehen, weißt du? Ja. Du musst mir noch durchschauen. Warte mal, wir sind vierig. Du musst mich auch mehr besser. Warte noch ein bisschen. Warte noch ein bisschen. Warte noch ein bisschen. Jetzt müssen wir mal... ... und dann Mitte mit... Nein, das ist okay. Das geht noch in Querformat. Das ist ja... Nein, mitraumen. Nein, mitraumen. Das ist ja... Ich hab die vierze Tage gesehen und nicht mehr frisch raus. Ich hab die Flammer da, ne? Nein. Jetzt pass auf, ich werde das jetzt noch. Hallo. Hallo. Neidlich, ja. Also, es wird echt super. Ja, schau mal. Für meine, schau nur. Sie machen Video. So ist das. Zeichne das alles auf. Das kommt mir so dunkel vor. Schau mal, wie es da noch mal geht. Ja, ja. Schiefen muss ich schon wieder. Mhm. Geht's dir das aus? Stich, ja. Ja, schau mal. Ja, ist schon da. Weißen Zorn. Hier, da sitzt gleich dabei. Ja, da zieh mal. Das ist meine Kinder, Kinder plus Mutter. Das ist ein wenig schief. Das ist ein wenig schief. So pass. Super, können wir noch schauen. So, jetzt sind die alle hier oben. Das ist jetzt optimal. Das haben wir auch noch nie gekochen. Ja, okay. Bleibt es mir noch so sitzen, dann machen wir mal einen Bonknaller. Was? Nein. Einen Bonknaller mache ich ja dann. Der ist zu groß. Der stinkt. Der stinkt nicht. Der hat den da ganz oben gemacht. Schaut mal los, jetzt hier mal. Warte, warte, warte. Die kriegt ja auch nicht dritt. Ja, das ist wohl nicht, das gefällt mir draußen, oder nicht? Jetzt knall mal. Ja, du bist der Ernst? Warte, bitte. Jetzt knall mal. Jetzt geht's raus, bitte. Das ist ja nichts. Knall mal. Geht's nicht, das Klubbert? Ja, warte, ich weiß nicht. So, jetzt mal um die Knalle. Jetzt aber. Und, uh! Ach so, der ist nicht da. Ach so, der ist nicht da. So, der ist nicht da. Ich weiß nicht, weil wir heute waren. Ich habe einen Bierwörter gemacht, aber bringen wir nicht mehr, als wir heute waren. Nein, weil normal war so warm, meine Postpapier. Ich glaube auch, ja. Wenn du schaust, dann bist du mir echt hergegangen. Was haben Sie, Eltern? Hier gibt es nichts mehr. Was sind Sie da? Sind Sie einfach? Nein, das ist ja lauter, nicht? Ja, so, die Bräder sind. Nein, gerne eine Bräder Québache. Das ist meine Person. Bei den Bogen haben wir heute los. Oder was? Ja? Das ist der Fuglöp. Es ist jetzt mal nichts. Nein, da wird mir richtig laufen. Ist der Wetter, Du halt lange rein, oder? So, ich hab auch noch mal. Ja, du, jetzt gibt's Jura. Genau. Ich denke, dass du alles gut gemacht hast. Anita! Ja! Budi, musst du weiter filmen? Joi! Ich muss die Hand oben tun. Ich höre jetzt seit 20 Minuten drauf, das ganze Kastverstehen. Ja, aber ich kann nicht. Ich hab ja länger haxen. Auf Wiedersehen. Das ist eine Premiere mit dem Raum an. Die machen die Hauptattraktion. Warte mal. Ist das soweit? Das ist jetzt gleich. Ist das jetzt noch nicht drauf? Dominik, ich komm auch schon. Die Marlen und die Ege. Der ist noch nicht drauf. Da hat sie ein bisschen extra schützt. Warte, Mutter, die Fuß. Nein, die Fuß nicht. Wir müssen zum Billing-Polster abziehen. Nee, das wird auch hilf. Was? Super, danke. Das geht so weit. Ey, Oli. Ja, weil nicht. Gleich kommt sie mir. Oder sagen. Ich kann mich abschließen. Gute. Ich kann nicht mit meiner. Ich muss nicht aufziehen. Du mal erscheinen. Naja, na ja, das muss ich primär. Du, du, du. Du... Du, 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 du. Du, du, du. Dann sind wir auch gelohnt. Dann haben wir eh schon. Aber eh schon, Mutti. Haben wir ja schon. Mit deinem. Da haben wir nicht amちゃんten. Ja, aber der deutsche Madeleine und den Waldemarscher drauf. Weil ihr sind's nur noch ... Ah Ha 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 Ha. Nein! Franzi ist ein großer Wanderfrau. Oh ja! Das ist mein Traum. Nein. Ja, ja. Man lässt sich die Wanderfrau. Der Maria. Der Maria. Ein Querfotus. Ein Querfotus. Ein Querfotus. Ja. Ne, sitzen bleiben. Halb. Der Halb muss drinnen und muss raus. Sitzen bleiben. Wieso denn? Wer kennt der Bestimmung? Sog auf damit. Wie geht's mein WC? Von der Bühne? In der Bananen irgendwo drin? Ja, so. Marco, man hat gleich noch die Mutti. Weißt du schon drinnen? Ja. Der Mutti. Wir alle. Ja. Warte. Jetzt warte. Ja. Das geht sonst noch. Du musst die Hand weg tun. Du musst die Hand weg. Obe die Hand. Halt die die Madeleine, schau. Noch mehr. Nein, das geht hinten auch. Ja. 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 Schau nicht so schreien. Schau nicht so schreien. Du weißt jetzt auch nicht so schnell sein, dann schreien. Schau. Danke. Schau nicht so schreien. Danke. Schau. Schau nicht so schreien. Schau nicht so schreien. Schau nicht so schreien. Das geht dann wie weit? Ja. 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 Ja, ja. Puh, es gibt noch was, was? Ja, das ist cool. Ja, frische Dauer, wenn man sich össer kommt, dann breine ich ab. Du, dann breine ich ab. Puh, Puh, die Sterne, über dir. Vergnügen, die sind wünscht, abfahren. Ja, super. Ich habe ihn ab. Jetzt haben wir alles. Da hat sie einmal das Licht auf jetzt wieder. Am Anfang, aber ich möchte eigentlich die Oma, die macht das Scheiß. Ja, bloß uns. Ohne Oma machen wir jetzt eins. Nein, ich sage, brauche ich das gesehen aus. Ohne Oma machen wir heute gar nichts. Ja, schaut's aus. Die Oma, die Oma. Ich bin schon ein Romen. Ja, Marco und die Oma. Wir. Ich bin schon ein Romen. Ja. Wenn ich mal den roten Oma kann, dann kann ich das gehen. Das ist gut. Okay. Ohne Oma. Ich bin schon ein Romen. Ja, da. Da, schau. Das ist da für die Mutti. So, wo ist die Mutti jetzt? Warte nicht. Ich renne sie mit mir. Nein, nein, nein. So, komm, jetzt sitzen wir uns. Unterrahmen, wenn du da her aufschau. Schau, wie schön. Stern. 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 Ah, da. Schau, Schatzi. Du bist ja wohl, als Mietholz, heimlich. Ja. Ja, Wahnsinn. Was ist die Mutti, heimlich? Die Mutti, eins, ja. Und so. Ja. Noch ein Tag, ein bisschen so. Ja, wir singen da. Ja. Macht ja nichts. Wir müssen ja nicht oben mit dem Schaft sein. Das ist ein bisschen wie ein Blatt-Potschal. Das ist ein bisschen wie ein Blatt-Potschal. Nein, Mutti, wir wussten aber noch, dass du viel Spaß bekommst. Alle haben einen Obst. Du hast es gut gemacht. Alter, dass wir alle einmal um sind da draußen im Gang. Barbara fotografiert uns alle gemeinsam. Mein Gott, das war ja. Dann hätten wir da einen schönen Abschluss. Ja, deswegen kommen wir jetzt raus. Ein iPhone-Filz, ich muss auch mal fotografieren. Setzt sich nicht durch. Setzt sich nicht durch. Gehen wir aus. Barbara macht einen Abschluss. Ein Abschlusswort auf den allen. Alle beisammen. Später. Peter. 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 Peter.